Der Amt stand ja unter dem Titel zwischen Bach und Bagdad, das habe ich aber nur wegen der schönen Alliteration genommen. In Wahrheit machen wir viel mehr. Jetzt zum Beispiel gehen wir nach Schottland in Ians ehemalige Heimat und wir spielen ein Lied, das Sie eigentlich kennen dürften, aber sicher nicht in der Version, die wir heute machen. Es ist der weltberühmte Sky Boat Song. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik